Hi, ich bin Shelby aus Nevada. Bitte like und abonniere. Als ich aufwuchs, hatte ich nicht viele Freunde. Keiner wollte mit mir spielen. Und das alles nur, weil ich für mein Alter ungewöhnlich klein war. Alle dachten, ich sei ein Kindergartenkind, obwohl ich schon in der dritten Klasse war. Du willst also mit uns Basketball spielen? Wird der Ball nicht zu schwer für dich sein? Er ist nicht zu schwer. Schau mir einfach zu. Ich hab den Ball so hoch geworfen, wie ich konnte. Aber er ging nicht einmal in die Nähe des Korbes. Stattdessen traf er ein Mädchen. Alle nannten mich einen tollpatschigen Idioten. Also blieb ich immer allein. Hattest du einen schweren Tag? Das ist mein älterer Bruder Caden. Er war drei Jahre älter, aber wir waren immer unzertrennlich. Jeder hasst mich. Und ich meine wirklich jeder. Du bist so eine Drama-Queen. Wenn ich dich hassen würde, würde ich dann jetzt mit dir ins Kino gehen? Wir machten uns sofort auf den Weg, als wir plötzlich einen Anruf von unseren Eltern bekamen, dass wir sofort nach Hause kommen sollten. Sie wollten sich scheinen lassen. Dad verließ Mom, um seinen Traum von der Schauspielerei in Hollywood zu verwirklichen. Und Caden sollte mit ihm gehen. Was soll ich nur ohne dich tun? Ich werd mich so langweilen, dass ich mir immer einen imaginären Freund ausdenke. Hey, du wirst nicht allein sein. Siehst du das Mädchen da drüben auf der Schaukel? Wir gehen zu ihr und sagen Hi. Lass mich runter, sonst schreie ich. Willst du die Freundin meiner Schwester sein? Sie macht die besten Cupcakes der Welt. Du machst Cupcakes? Ich liebe sie. Und so hat mein Bruder mir geholfen, meine erste Freundin zu finden. Ihr Name war Piper. An dem Tag, als mein Bruder ging, umarmte sie mich. Und wir weinten beide. In den nächsten Jahren kam Piper und ich uns sehr nah. Und obwohl ich Caden vermisste, half sie mir selbstbewusster zu werden. Ich fing an, meine Haare zu färben. Und trat sogar dem Cheerleader-Team bei. Als ich in die achte Klasse kam, war ich sogar ziemlich beliebt. An meinem ersten Schultag an der Highschool, wartete ich an der Bushaltestelle. Als ein Typ mit Inländern auf mich zugerast kam. Hast du mich denn gar nicht gesehen? Sorry, Prinzessin. Ich hab nicht aufgepasst. Warte, ich kannte den Typen. Sein Name war Eli. Und er wohnte in meinem Viertel. Und er suchte immer Ärger. Letztes Jahr wickelte er unsere ganze Veranda in Klopapier ein. Und ich ging zum Training und am Hintern klebte ein Stück Klopapier. Sag mir nicht, dass wir in denselben Bus steigen. Und sag mir nicht, dass wir auf dieselbe Schule gehen. Du meinst die Carson City Highschool? Sorry, Tinkerbell. Aber es stimmt leider. Ich war erleichtert, Piper zu sehen. Wir wollten uns vor dem Unterricht noch einen Smoothie holen, als Eli auf uns zurollte. Oh, meine Augen. Sie können die Hitze nicht ertragen. Willst du mich etwa anmachen? Nein, ich spreche von deiner Freundin. Du willst doch einen Smoothie haben, oder? Wie wär's, wenn ich dir einen kaufe? Äh, du meinst, du holst für uns zwei einen? Komm schon, lass ihn mitkommen. Dann bekommen wir beide kostenlose Smoothies. Als wir im Café ankamen, griff Eli nach zwei Sandwiches aus dem Kühlschrank und gab eines davon Piper und das andere aß er. Tinkerbell, du musst bezahlen. Wenn du mich noch einmal Tinkerbell nennst, verpasse ich dir eine. Außerdem haben Piper und ich beide unsere Brieftaschen nicht dabei, weil du gesagt hast, du würdest bezahlen. Wie wär's also, wenn ich dich wegen Diebstahls anzeige? Dann ging Eli zur Kasse und fing an zu flennen und er entschuldigte sich. Meine Mom und mein Dad sind obdachlos und ich dachte, ich hätte genug Geld, um mir Essen zu kaufen. Aber ich hab mich geirrt. Also nimm das Sandwich, ich werd einfach verhungern. Oh, du Armer. Isst das Sandwich auf. Ich kauf dir sogar einen extra großen Smoothie. Unglaublich. Eli hat zwei Strohhalme für sich und Piper genommen, damit sie ihn wie ein Paar teilen können. Und ich hatte gar nichts. Dann hatte ich den Dreckskerl in die Ecke gedrängt. Erst fährst du mich an, dann machst du meine beste Freundin an. Und dann lässt du mich verhungern? Oh, du bist eifersüchtig? Dass ich Piper mag und nicht dich? Du bist süß, aber ich steh nun mal auf sie. Ich bin nicht eifersüchtig. Es ist nur widerwärtig, dass du ihr hinterher sabberst und mich wie Dreck behandelst. Das ist einfach widerlich. Ich kann nicht anders. So bin ich nun mal, wenn ich ein hübsches Mädchen mag. Oh Mann. In den nächsten Wochen klebte Eli wie ein Blutegel an Piper und mir. Das hat mich so genervt. Eines Tages kam ich von der Schule nach Hause und erlebte eine große Überraschung. Was machst du denn hier? Ich werde mein letztes Schuljahr hier beenden. Dad hat eine große Rolle in einem Film in Frankreich bekommen. Echt? Ja. Außerdem habe ich dir etwas mitgebracht. Ein iPhone 15? Das kommt erst in ein paar Monaten raus. Dad kennt einen Typen. Warte. War Dad jetzt so reich? Trug Caden deshalb eine Rolex-Uhr? Alle in der Schule mochten Caden, weil er so ein schickes Hollywood-Kind mit Designer-Klamotten war. Willst du mir sagen, dass dieser coole neue Junge dein Bruder ist? Ah, nenn ihn nicht so. Okay, aber wir haben mit ihm zu Mittag gegessen. Bitte. Ich will mit ihm reden. Schön. Ich frage ihn, ob er bei uns sitzen möchte. Aber als wir in der Cafeteria ankamen, war schon alles besetzt. Oh, tut mir leid, Sis. Nächstes Mal halte ich dir aber einen Platz frei. Oh, er ist so nett. Das Wort nett hat nicht so ganz gepasst. Ich musste nämlich bald feststellen, dass Caden in den letzten Jahren sehr verwöhnt war und dachte, die Welt dreht sich nur um ihn. Du bist schon den ganzen Morgen im Bad. Sorry, perfektes Haar braucht Pflege. Hast du mein ganzes Hagel aufgebraucht? Ja, aber besorg dir lieber etwas Besseres als diese billige Marke, okay? Du bist die Beste. Vielleicht kann ich ihm das nächste Mal Wasser in die Hose gießen. Eines Abends sah ich mir MSA-Videos an, als ich einen Videoanruf bekam von Eli. Wir haben hier einen Notfall, Tinkerbell. Dein rotznasiger Bruder hat mein Mädchen gestohlen und sie haben jetzt ein Date. Wenn Caden und Piper ein Date hätten, hätten sie mir davon erzählt. Sie ist dir selbst dann. Eli hat mir dann einen Instagram-Post geschickt, der mich zum Staunen gebracht hat. Piper und Caden haben sich geküsst und Caden kam in dieser Nacht erst um 1 Uhr morgens nach Hause. Wo warst du? Ich hab dich in der letzten Stunde 16 Mal angerufen. Hey, kein Grund sich so aufzuregen, ich. Er war bei einem Date mit meiner besten Freundin. Ich hab Pipers Post auf Instagram gesehen. Warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen? Du meinst, ich soll dich um Erlaubnis fragen? Nein, du bist mein Bruder und sie ist meine beste Freundin. Ich finde es komisch, dass ihr zusammen seid. Caden zuckte mit den Schultern. Ich war stinksauer. Am nächsten Tag in der Schule entschuldigte sich Piper. Sie wollte mir sagen, dass sie Caden mag. Danke, dass du mir das gesagt hast. Date ihn, wenn du willst. Ich wusste, du würdest das verstehen. Danke. Innerhalb weniger Wochen wurden Caden und Piper das coolste Paar der Schule. Caden trat sogar dem Basketballteam bei, damit er während des Cheerleader-Trainings mehr Zeit mit Piper verbringen konnte. Ich stand während einer Prüfung auf Pipers Schultern, als sie und Caden plötzlich anfingen, sich Küsse zuzuwerfen. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Boden. Ich hatte eine gebrochene Hüfte und würde zehn Monate lang nicht laufen können. Ein paar Tage später kam ich in einem Rollstuhl in die Schule und alle starrten mich an. Piper und Caden versuchten mich aufzumuntern. Ich saß später in der Bibliothek, als plötzlich Eli zu mir kam. Bist du okay, Tinkerbell? Ich habe gerade erfahren, dass ich zehn Monate lang nicht laufen kann, du Genie. Was denkst du denn? Dann sind wir wohl beide traurig. Mir wurde das Herz gebrochen, als dein Bruder mein Mädchen gestohlen hat. Heul doch. Dann date mich doch einfach. Vergiss es. In den darauffolgenden Wochen behandelten mich alle in der Schule anders. Und ich wurde als die tollpatschige Cheerleaderin bekannt, die sich verletzt hatte. Eines Nachmittags räute ich zu meinem Spind, als ich Eli mit jemandem reden hörte. Die Rektorin drohte mir, mich wieder von der Schule zu verweisen, weil ich ihr Haus mit Eiern beworfen hatte. Beweise ihr doch einfach, dass du nicht so bist, indem du etwas Gutes tust. Klingt gut. Ja, kennst du Shelby, die Cheerleaderin, die im Rollstuhl sitzt? Wenn ich es schaffe, mit ihr zusammen zu sein, werden alle denken, ich sei Gottes süßer Engel. Außerdem ist sie süß. Oh Mann. Wenn dieser Dreckskerl denkt, dass er mich ausnutzen kann, beweise ich ihm gerne das Gegenteil. Am nächsten Tag nach der Schule fuhr Eli mit seinem Auto vor mir vor. Willst du heute Abend mit mir essen gehen, Tinkerbell? Ich wollte ihn gerade abservieren, als ich plötzlich mehrere Cheerleader sah, die uns anstarrten. Jetzt waren ihre Gesichter grün vor Neid. Ich sprang in Elis Auto und wir fuhren los. Wir machten ein romantisches Picknick im Park. Und er postete Fotos von uns auf Instagram. Alle kommentierten, wie süß wir zusammen aussahen. Und das tat mir gut. Aber wollte ich wirklich zulassen, dass Eli mich benutzt, nur um meinen Ruf wieder herzustellen? Am nächsten Tag räumte ich gerade meinen Spind auf, als Caden vorbeikam. Du gehst mit Eli aus? Dieser Idiot, der sich für so cool hält, weil er Streicher spielt und mit jeder flirtet? Äh, das geht dich nichts an. Ich kenne Typen wie ihn. Er nutzt dich nur aus, weil er denkt, dass sein Date mit einem behinderten Mädchen ihn wie einen edlen Kerl aussehen lässt. Du bist nicht mein Chef. Und weißt du was? Ich werde ihn daten. Ich werde ihn jetzt sogar noch mehr daten. Ich könnte mit Eli ausgehen, um meinen Ruf wieder herzustellen und Caden zu ärgern. Aber als ich später beim Mittagessen in den Hof ging, sah ich Caden und Eli auf dem Boden ringen. Bro, was ist los mit dir? Ich weiß, dass du Shelby nur ausnutzt. Wenn du nicht aufhörst, werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Ich werde den Coach anlügen und sagen, dass du sein Auto ruiniert hast, damit er dich aus dem Team wirft. Halt einfach die Klappe. Hört auf damit. Caden, willst du morgen mit all deinen Zähnen aufwachen? Wenn ja, dann geh einfach. Na gut. Aber ich hab es ernst gemeint, Eli. Du musst diese Drohung nicht ernst nehmen. Ich weiß. Hör zu. Lass uns heute Mittag essen gehen. Weit weg von der Cafeteria. Wie kommt es, dass du so weit weg von einem essen willst? Willst du nicht, dass die Leute uns zusammen sehen? Hallo? Wir sind jetzt ein Paar. Wir sollten ein bisschen romantische Zeit zu zweit haben. Eli starrte mir in die Augen. Und aus irgendeinem Grund flatterte mein Herz. Plötzlich sah ich Piper und Caden vorbeigehen. Sie schauten uns an und zeigten auf uns. Ich griff einfach nach Elis Gesicht und küsste ihn. Du kannst mir einfach nicht widerstehen, oder? Ich wollte nur Caden und Piper ärgern. Komm mal wieder runter. Ich hätte da eine Idee. Willst du mein Date beim Abschluss bei sein, Shelby? Eli holte eine Schatte aus seinem Rucksack, in der eine Corsage steckte. Ich hab sofort ja gesagt. In den nächsten Wochen traf ich mich immer wieder mit Eli. Und ich begann Gefühle für ihn zu entwickeln. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er mich auch mögen könnte. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass alles nur gespielt war. Am Abend des Abschlussballs stürmte plötzlich Piper in mein Zimmer. Shelby, Caden hat etwas wirklich Dummes getan. Sie hat mir die Gemeinschaftsseite der Schule auf Facebook gezeigt. Und da war etwas von Eli gepostet. Unsere ehrenwerte Rektorin ist doch nicht so ehrenwert. Wie kann sie sich ihr schickes neues Auto, ihre Haartransplantation und Lippenaufhüller leisten? Ich schlage vor, dass eine Untersuchung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass unsere Schulgelder nicht von den Leuten missbraucht werden. Du meinst, Caden hat sich in Elis Konto gehackt und das geschrieben? In diesem Moment rief mich Eli an. Und er klang panisch. Wie konnte dein Bruder das tun? Ich hatte keine Ahnung. Ich werde ihn jetzt dazu bringen, es zu löschen. Es ist zu spät. Der Rektorin wurden so viele Screenshots geschickt, dass sie meine Eltern angerufen hat. Und bei meiner Vorgeschichte werde ich bestimmt von der Schule fliegen. Ich stürmte in Cades Zimmer und zog ihn an den Haaren. Was bist du nur für ein kranker Mensch? Eli wird deinetwegen von der Schule fliegen. Komm schon, das war doch nur ein dummer Streich. Er wird höchstens suspendiert. Ich wollte nur, dass er weiß, dass ich es ernst meine. Wer hat dir das Recht gegeben, plötzlich mein süßer großer Bruder zu sein? Du hast dich nicht einmal gemeldet. Und seitdem du zurück bist, benimmst du dich wie ein egoistischer Idiot. Ich habe gelernt, ohne dich auszukommen und habe mir einen guten Ruf erarbeitet. Und ich wollte ihn zurückgewinnen, indem ich mich mit Eli verabredete. Also habe ich ihn auch nur benutzt. Aber jetzt mag ich ihn. Und jetzt werde ich nie erfahren, was er wirklich für mich empfindet. Später saß ich auf der Veranda und wünschte mir, dass mein Bruder zum Mars fliegen könnte. Eli, was machst du denn hier? Kann ein Freund nicht zu seiner Freundin kommen? Was ist mit der Rektorin passiert? Sie ist wütend und glaubt mir nicht. Obwohl ich ihr gesagt habe, dass ich so einen Post nie geschrieben habe. Ich habe gesagt, dass mein Konto gehackt wurde und die Angelegenheit noch geprüft wird. Ich könnte immer noch von der Schule fliegen. Ich habe nichts über Caden gesagt. Warum? Weil er dein dummer Bruder ist. Na und? Du interessierst dich ja nicht wirklich für mich. Du datest mich doch nur, weil du Punkte sammeln willst. Ich weiß, ich bin ein Idiot und vielleicht war es am Anfang auch so. Aber jetzt ist es anders. Ich habe echte Gefühle für dich. Und Caden kann nichts dagegen tun, okay? Wirklich? Mir ist aufgefallen, dass du mich nicht mehr Tinkerbell nennst. Mein Bauch machte einen Rückwärtssalto, als er sich zu mir beugte, um mich zu küssen. Und dann sahen wir Caden und Piper hinter uns grinsen. Jetzt weiß ich, dass du es wert bist, meine Schwester zu daten. Alter, ich verpasse dir trotzdem eine. Ich werde der Rektorin morgen sagen, dass es ein Streich war. Ich habe ein tadelloses Führungszeugnis, also werde ich hoffentlich nicht zu viel Ärger bekommen. Shelby, ich will, dass du bis Mitternacht wieder zu Hause bist. Halt die Klappe, du Doofi. Eli drehte sich lächelnd zu mir um. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast mir erzählt, dass du dich in mich verliebt hast. Okay, wenn dir das hilft, nachts zu schlafen, Tinkerbell. Nicht schon wieder. Bhutan, willingness ist eine. Untertitelung des ZDF, 2020